In deinem Umfeld geht es jemandem mental nicht gut. Du kannst helfen. Ich bin Nicole und heute zeige ich dir, wie du mit Roger in 5 Schritten erste Hilfe in psychischer Gesundheit kannst leisten. R. Wie reagieren. Nimmst du Veränderungen in dein Gegenüber wahr? Sprich es an und zeig Interesse. O. Wie offen und unvoreingenommen, zuhören und kommunizieren. Mit offenem Blick und offenem Ohr. Behandle das Gespräch vertraulich. G. Wie gib Unterstützung und Information. Bid deine Hilfe an und gib Hoffnung. E. Wie ermutigen. Macht ihm gegenüber Mut, sich professionelle Hilfe zu holen. R. Wie reaktivieren Ressourcen. Zeigt ihm gegenüber auf, was für Kräfte und Fähigkeiten in ihm stecken. Und in seinem Umfeld, wie Familie und Freunde.